In diesem Video erfährst du, wie du in dem Videoschnittprogramm Shotcut dein fertiges Videoprojekt als Video exportieren kannst. Dazu musst du auf den Button Exportieren klicken und bekommst eine ganze Liste an Vorgaben. Wähle unter Standard die Vorgabe YouTube durch Anklicken aus. Mit dieser Vorgabe kannst du dein Video später auf eine Videoplattform wie YouTube hochladen oder einfach mit Freunden teilen. Klicke dann auf Datei exportieren. Es öffnet sich der Explorer und du kannst nun den Ort auswählen, an dem dein Video gespeichert werden soll. Navigiere zu dem Ordner Projekt 1, in dem alle Medien des Videoprojekts gespeichert sind. Wähle dann einen Dateinamen für dein Video und klicke anschließend auf Speichern, um den Export zu starten. Im Fenster Aufträge siehst du den Fortschritt des Video-Exports. Sobald der Export fertig ist, kannst du dein Video im Ordner Projekt 1 suchen und abspielen. Sobald der Fall ist, kannst du dein Video verb��en. Sobald der Mission 가